Musik Wir werden später sagen, ich will kurz wissen, dass wir für uns Butter Chicken machen wollen. Aber hier sage ich, was ich will wissen, dass Butter Chicken ist, wie sie sagen, alle Dagen. Was ist dein Butter Chicken heute für mich so speziell? Adi Abidam, mein Butter Chicken. Ich glaube, mein Bestes. Mein Butter Chicken. Wahrscheinlich ist es die beste Butter Chicken, die man immer hat. Und warum ist das jetzt? Ich weiß nicht, wahrscheinlich mein Touch. Aber mein Butter Chicken hat double cream yoghurt, full cream, double cream yoghurt. Okay. Some fresh cream. Und ich habe auch ein Kilo, ich habe ein Kilo Chicken, cut up to Q. Okay. Und da sind die Börse? Das sind nur die Börse. Und in dieses Chicken, ich werde mit meinen Mariner. Ich werde in ein Oma, das ist etwa 5 Tbsp. of plain yoghurt. Ich werde das in das. Ja. Und dann die Spices, weil es besser ist, weil es besser ist. Und es kann es marineren. Die länger es marineren, desto besser ist es. Okay. So soll ich dann eigentlich sagen, dass es nachher ist? Ja, das ist sogar besser. Das ist perfekt. Okay. In mein Spice bowl, ich habe zwei Tsp. of Chicken Masala. Was das hier? Das ist ein Chicken Masala. Ja. Ich habe eine halve Tsp. of crushed chilis. Jira, eine Heep Tsp. Und Kolchana, eine Heep Tsp. Okay. This is a flat Tsp. of turmeric. Ja. And just half a Tsp. of salt. You can always add some more salt if it's too little. Okay. So we'll just add all those into a while. Okay. So we'll just add all those into a while. Yeah. It's almost like the chicken sticks in all of those flavors of the marinade. Okay. So. 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 I don't, I don't eat breast. So when I make butter chicken for my family, I always put in legs, drumstick, and some thighs. Then I cut the thigh. You know. I dissect the thigh. Okay. Then I will use that. Because I don't like the dryness of the breast. But my husband, he loves breast. So I have to, he only eats the breast. Yeah. So I'll do that. I like that. My mother likes it like that. And my son. But my husband, I must have breast fillets for him. Okay. Now say for me, I'm going to go with your husband. I'm not worried. Can I cook it? Yes, he can. Is it? He makes the most amazing omelettes for breakfast. Lekker. That's about it. The most amazing breakfast omelettes. Okay. So, manlief, hold for you a piece. One day I'll come back for you. And he also, he can also make you in the muffin pans. What do they call that now? That panting. Okay. With the egg and the mushroom and all of those things. And little muffins. He makes those also. He makes those also. And the abidus, are we going to let this marinate? Yes. While you're busy, I'm just going to get the stove on. Or some oil. Can I have no ears and sit lamies? Yes. It doesn't take long. Gas works very quickly. I love gas. I'm just going to add about two to three tablespoons of oil in my pan. Okay. I'll let that heat. And I'll just wait for the abidus too. No. This is too big. It must be fine, the abidus. Okay. But we can. We'll make it work. Look. No man, it's too big. It's too big. It's too big because it's all in my pan. It's too big because it's all in my pan. It's too big because it's all in my pan. Okay, that's perfect. It's too big. Look at that. It's too big. It's too big. That's right. Okay. Shukra. And in the meantime, I can just grate about two or three cloves of garlic for me. Okay. And then your danya. The danya we put in afterwards. So we can chop it. Yes, you can chop it. I can just get this. Now, I'm going to go for you. Weiss. Kijk, what's a raspher gee say for me. I want to say that I have a impression of seeing that the little girl is now all in the room, so as the mother and the father, that he can cook, that he has his own raspher so I can use my raspher to do my own. So, of course, I can do my own. Let me say for me, as you now, oops, kijk now not so. See you now. As you now come buis is and he is busy to cook, what's going for you? Why are you going to come buis? You come here maybe out of the work and you don't have to worry about it and you have a thought, but I have nothing to get out of the ice. It's all about eating in the time. Chicken strips. Okay. Chicken strips is easy. So I buy my fillet. Yes. Pop it into a hot water within a few minutes as it's stored. Then you make your chicken strips. My husband's personal favorite. Oh, hot water. Yes. Hmm. Doesn't it work from Tabitha? No, I have to say, I learn and I hear a lot of good people. But so they say, yeah, I can eat. So fill the kettle, boil the water. Yes. Pop it into the sink. Pull that and it works. Okay, I'm going to use my boiling water for my rice. Okay. That is your... Is that enough? Yes. That is enough. Okay. So now we'll just... We're just waiting for the onions to go see-through. Not brown. See-through. It must just be see-through, softened. Softened and see-through. Okay. All right. That's it. Okay. Now, I can now see what your spices are in. My spices are in. The chicken is marinating. With my yoghurt and all our spices. But I see that you don't use all yoghurt. And... Okay. Let me just get all the yoghurt out for Ante Abida. See you now? There we go, Ante Abida. Oh, okay. Is my now not the clear, but now not the yoghurt. That's the red on my glass. That's what I think. That is now in. There we go. So we emptied the pot. All right. Now, now, your cream is the whole 250. I use the whole 250. This is about... This is a packet of tomato paste. Yes. So once this is half cooked. Yes. Cooked. Then you add a tomato paste. Right? And then it can simmer until it's done. Can I use the tomato paste and make the tomatoes? Can I use the tomatoes rasper and then what to break? Or for... I wouldn't. Yes. Because I'm used to this one. Yes. So I don't know if the tomato will make it watery. Okay. You know, like in the curry. Yes, yes, yes. So I'm not sure, but I like the paste. Okay. All right. I'll just add a little bit more. I'll just add a little bit more. I'll just add a little bit more. Let me know. To make it a bit thicker. So as you say, you know, you know, you don't know what to do. So we're happy to talk about it. We'll be happy to talk about it. We'll be happy to talk about it. Now, what are we happy to talk about? I'll just add a little bit more. All a few more. I just love it. I like my friends. And all a bit more. I love you. Now I'm ready to talk about it. I love you. I love you, my friends. Willkommen bei mir. Ich kann ihn nicht sehen, er lacht noch immer. Aber das ist okay, ich habe auch viele Leute. Was macht ihr für uns hier heute? Ich sehe nur drei gute Sachen. Was macht ihr hier? Wir machen für ein Cheek-Pier-Rap. Wie sagt ihr? Keeker-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Wir machen die Abiräfer für unsы Rood-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Was sagt ihr? Das ist die Sli, die in den R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Das ist ein sehr-gemerkisches Schleimend. Für alle Menschen, die hinter ihrem Gesundheit magst! Egal der Fleisch haben sehr viel Blut. Egal von Fleisch? Egal von Fleisch! Das ist ein sehr guter Substitut an die Abeda. All right, los geht's. Ich habe mich nicht mehr gemacht. An die Abeda, das hat alle die knutbestände für die Rohde Welt, denn die Abeda kann alles mit, und so einfach mit. Okay, aber bevor ich ihn inbüte, was hat uns hier gesagt? Wir haben zwei Eiers, ein koppie Buttermilch, das ist die Karin Melk noch. Okay. Das ist die Karin Melk. Krimsen Pink Essence. Okay. Asien. Wut Asien. Ja, Wut Asien. Ein Teilepel, und ein Koppie und ein Halv, Oli. Koke Oli. Frau, wie kann ich so machen? 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 Die Abeda, ich kann nicht die Eier an die Gange. Ja. Wie kann ich so machen? Nein, nein. An die Abeda, ich kann nicht alles in. Das ist 1, 2, 3, alles. Das ist 1, 2, 3, alles. Oli. Die Abeda kann ich an die Spatula gebrek, als ich die Abeda val. Und die Asien. Und die Asien. Und die Asien. Und die Asien. Was machst du da? Ein kleines bisschen Oli. Ein kleines bisschen Oli. Um die Eif brein zu machen. Ein kleines bisschen Gaar. Und dann noch ein bisschen Koke. Um die Kekereirkies ein bisschen sachter zu machen. Ein kleines bisschen Oli. Ungewirr. Ein kleines bisschen Oli. Genau, ein kleines bisschen Oli. Aber eine Kekereirkies ein bisschen ole. Hier geht's. Und jetzt kann ich die Arbe wieder amper die jelle Bottel geben. Amper? Amper, ja. Auf die jelle Bottel. Was soll ich das tun? Nein, eigentlich nicht. Und soll ich nicht eine Butter-Smaak geben? Nein, das ist glatt nicht. Die Arbe ist so froh. Als es nicht klaar ist. Wauw, das ist so gut. Und das ist so schön. Kann ich die jelle Bottel machen? Ja, Sinti. Das ist so gut. Okay, da geht's. Ein roi Walbert-Smaak ist sehr, sehr schön. Und das ist wo die Oli in kommt. Weil ich die Arbe noch gefragt habe. Das und die Buttermilk. Okay. Ich liebe es noch so sehr, sehr. Ich liebe es noch sehr schön mit der Pink Bottel. Ich liebe es gleich bei euch. Ich liebe es noch sehr schön. Ich liebe es noch. Ich liebe es noch speziell die Bottel. Ich liebe es noch. Ich liebe es noch. Und dann kommt ihr Kleer hin. Wir nehmen noch ein richtiges Kallenge. Ja, aber die Kaukau das in die... In die... In die... In die... Okay, Sante Abida, hier habe ich die Masala gegooid. Was ist die Masala? Das ist die Chaat-Masala. Das ist eigentlich ein Cheek-Pie-Chaat-Thing. Aber das ist ein Pack, das ich bei Dater Spices koop. Das ist nicht die Meidens. Dann menge Menschen nur ein Ding. Nicht all the measurements of Dinge und so, um die Masala zu machen. Lass mich mal über Dater. Dater, du bist für mich oder nicht? Oh! Sorry! Die andere hat uns noch gefragt. Als ich die Chaat-Masala? Mach. Als ich die Chaat-Masala? Yes, that is done. Ich kann noch nicht ... Und dann ... Ich kann noch ein Stückchen. Aber ich kann noch nicht so los. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ich kann nicht ein wenig Wasser beißen, so dass ich nicht anbrannte. Als ich anbrannte, dann ist das ein Problem. Ähm ... Ja, aber nicht mehr. Hier, ich mach hier ... Ich kann nicht mehr ... Ich kann nicht mehr ... Ich kann nicht mehr ... Okay, so. Aber ... Ich kann nicht mehr. Asi. Ich muss nicht mehr ... Ich kann nicht mehr ... Ich kann nicht mehrfahren. Wie ist das denn? Ich kann nicht mehrfahren. Wie ist das denn da? Ist er noch klar? Noch nicht, er muss noch... Okay, ich habe blöcke Kekeraierkies gebruikt. Ja. Aber man kann das aufkooken. Ja, man kann das selbst aufkooken, aber das ist sehr lange Zeit. So die blöcke Eierkies... So wie viele Blöcke ist das? Das sind 3 Eierkies, das sind 2 Eier und die 5 Eierkies von die Masala und die 3 Blöcke. Okay, all right. So, we will just put this to simmer. A little bit. I think I might just have to add a little bit more water. Aber die Eierkies ist auch nicht so lecker. Nein, man, es ist nicht so lecker. Das ist die Suike. Die Suike ist so lecker. Es ist nicht so lecker. Nein. Was ist die Leve so in die Suike? Ja, wie das? Na, Frau, was sie für mich? Aber ich habe so fast gesagt, dass ich nur eine Suike, und wenn ich eine Suikere, oder wenn ich eine Suikere, um die Suikere zu 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 zu. So, das ist die Problem. Blei angeskakel. Ons ist nun wieder zurück. Everyday zur Fabian Praxis Lcent Cent Present Visit Und man hat nur noch liebe Musik within die Dalai mit sie mitaü pes sind, sie kümmert mich so an jemand anderes, was ich so ein paar weken herum gez 순er hin und пишete die ganze Programm so weiter, weil das ist auch gut, das ist natürlich so alleine mit ihnen zu arbeiten. Ich denke, ich habe dir das gut gemacht und das gut gemacht. Was hat uns jetzt gesagt? Jetzt müssen wir die Drogen in die Drogen. Das ist die Suike, eine halbe Suike, und zwei halbe Mehl, mit 1 TL Bicarbonate oder sode, und 1 Tablespoon Kaukau. Die Drogen kann man erst die Suike in die Drogen, und ein wenig Mengen, und wenn die Drogen nicht fertig ist, kann man die Drogen in die Drogen mit dem Mengen. Wenn die Drogen noch dort beherなんです ist, kann man die Kremcheese eisen und das machen. Und dann ist das alles? Das war. Das ist alles, und dann ist die Drogen klaar mit den Roten Wafdkoeksen. Ok, hier habe ich 175 Gramm Butter. Ich werde das aufklösen. Das ist echt Cola? Echt Cola? Ja, ja. Das ist gut für die Weeffel. Ich habe die Drogen, das macht die Drogen. Ja! Das ist das, wenn ich die Drogen drin Und dann wird das Wasser aufbrettet und dann wird das Wasser wie eine Sürb. Okay, I like the olive. Und dann die Mehl. Dann set ich die Creme Cheese in. So, für was ist das jetzt? Das ist jetzt für die Versierungen. Was ist ein roi-Welweg-Koksonne-Roomkaas? Ich will nicht wissen, was ich warte. Ich weiß nicht, was ich glatt, oder? Ich mache die Böse oder Fleisch, oder? Jetzt, ich weiß nicht. Ich weiß, was ich hab, ich sehe jetzt. Die Sürbete ist richtig. Ich werde jetzt gerissen. Ja, wie ist die Böse? Aber ich habe die Böse. Okay, ich habe die Böse. Und dann, ich habe hier dieses Jahr. Das ist ja. Wenn die kleine Spiele oben ist, und dann wieder ein bisschen aufgelieft mit der H assembly. Und jetzt ist das die Versiersuike, zwei Koppies Versiersuike. Haben Sie gehört, die Klum hat gesagt, dass sie sehr schön Afrikaans gesprochen hat. Für Engels Menschen. Für Engels Menschen sprechen sie. Und die Abi hat auch auf die Schule geweest. Sie haben eine unglaubliche Geschichte gemacht von mir. Sie haben mich gefragt von mir. Als ich in die Jouwburg aufgewachsen bin. Ich war elf Jahre alt, als ich hierher gekommen bin. Und jetzt sprechen sie nur Cyber-Afrikaans in die Jouwburg. Jetzt kommen wir Kappen und alle vier Afrikaans kommen. Hier klinkt sie so unglaublich. So was machen meine Eltern? Als wir auf die E-Tafel sitzen, dann sprechen wir alle Afrikaans. Oh, okay. Und so das beginnt. Das ist toll. Wow, that didn't help much. Because they're so teased. They're so teased. And, um... Das ist perfekt. Okay, let's just get that in the... Okay, now wadden wir noch. Oh. Komm doch doch mal, Jabi. Wat mache ich noch? Nee, die Abi ist recht. Antti Abi ist recht. Kom. Anders ist recht. Perfect. Broodawetkupcakes. Now sit uns so net so uit. Und dann gehen wir von da hier in? Yes. Okay. So skip ich in oder was mache ich? Ja. Komm in die Baiskopf, Antti Abi. Ist das halb? Ongeluch. Antti Abi, wir können uns schnell umruilen. Okay. Dann kann Antti Abi von mir hier die Mengen. Und dann tun ich das schnell. Oh. Wat hat mich noch bestellt, um mich zu roern? Ich habe nicht so viele andere. Ja. Antti Abi, wir müssen uns an mich kombuys kommen. An jou, an jou große kombuys. Beie groot. Sag mal, was noch? Beie liefde. Ich brauche die hier? Yes. Okay. Ich habe noch von die Au. Hier we go. Ich habe noch von die Au. Ich mache noch alles mit die Hand. Really? Ja, ich mache noch alles mit die Hand. Ich mache die Abi. Ich mache die neue. Das ist meine Dinge. Ich mache die Abi. Das ist meine Dinge. Ich mache das nicht so lange. Ich mache die Aufmerksamkeit. Ich mache die Aufmerksamkeit. Ah, was eigentlich das? Nichts, nichts. Hat die Arbeit gefragt? Sieht ihr alle, was man die Kinder selber bauen? Misschien wird die Arbeit probieren. Ein bisschen eine Verschul- oder ein Hustier-Mens. Eine Veränderung geben mit diesem Talent, das die Abine leert. Wie komm ich hier mal verküsse, um zu kooken und nicht zu bakken, weil ich denke, dass die Kuh so wappeliger hast gewackt? Weil, für alle, ich meine, die Kuh ist dann ein bisschen zu viel. Nee, das ist die Hehlrechung, Abina, das kann ich nicht. Aber wir haben die Kuh so viel zu viel zu tun. Das ist gut für uns. Die Kuh ist in die Oon und wir haben es wieder rausgehalten. Was sie nennen? Red Velvet Cupcakes. Wir werden das hierher verhauen und wir werden mit ein paar anderen Kuh. Du hast mir gearbeitet, ich muss das in die Backe machen und ich mache noch ein Slay. Was ich mache? Ich sehe die Rebs. Wir werden die Kuh-Kuh-Kuh-Rex aufmachen. Jaja, lecker! Aber für dich weitergehen, sagst du wie viele Worte, Eiwe und Dinge? Das sind zwei Worte. Ein Ei, ein Röi Ei, das ist sehr schön in die Slay. Und ein halver Komkommer, ohne die Pitte, in die Kuh. Meine Kinder haben viele davon. Das sind 5 von ihnen, Abina. Ich frage mich, das sieht doch nicht aus. Okay, ich brauche alles hierher. Alles in, kurz, kurz. Und ein kleines Limoensap. Limoensap, oder sehr Limoensap? Nein, sehr Limoensap. Sorry, sehr Limoensap. Weil die Abina da beistig ist, kann ich das. Hier geht's. Alles in. Ich habe eine richtige Mors. Die Mors ist ein Teil des Kumpais. Das ist ein Teil des Kumpais. Hmm, umtrennend. Kann ich das ein kleines? Oder wie geht's? Ja, das ist ein Teil des Kumpais. Okay, das ist okay. Und die... Und die Dania. Und die Dania. Das ist nicht so klein, oder? Ja. Just a little bit, weil das Dania ist und beide auch. Das ist nicht so eine Dipp, die ein Mensch mit der Rappen kann eet, oder will eet. Und die Dipp, die man mit der Rappen kann eet. Ja. Und das ist so ein Dui, die man mit Akkene oder Brehane eet. Okay. Aber das ist nur ein bisschen Sout. Und manchmal kann man ein bisschen Garlik in seten. Ja. 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 Und das ist nicht so ein bisschen Sout. Ja. Und das ist nicht so ein bisschen Sout. Und da muss ich jetzt mal mit der Rappen? Ja. Ja. Das ist wirklich so schön. Ja. 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 Und dann muss ich jetzt mal mit der Rappen. Ja. 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 Und dann ist es ein bisschen zu lecker gesaust. Es geht gut. Muss sie lange. Okay. Okay. So die Kekernäckers ist klar. So die Slaik ist auch klar? Ja. All we do is we assemble it like so. Okay. Let's first put the Slai. The Slai. Ja. Okay, so the Slai goes on there. Ja. Okay, so in die Mitte. In die Mitte. So, und dann kommt ihr mit ihr Kekker-Aerkies. Aber wenn ich noch ein Saussehe will, kann ich? Ja, ich kann, aber wenn ihr ein Puru soll, ihr nicht wollen. Das ist alles, was ihr ... Und dann 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 ... Meine Familie ist ... sehr lief für das. Oh, so ... Und dann habe ich gehört, dass die Abeda kam nach Hause, und dann muss ich noch etwas machen, was sehr lecker ist. Ich hoffe, ich denke, dass die Abeda auch so ist. Ich weiß nicht, dass die Abeda auch ein Kekker-Aerkies ist. Wir werden jetzt ein Puru. Ja! Wir werden ein Puru. So ... Ja, ich gehe da. Ja. Und dann ... Und dann ... Ja! 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 Da ist man auch nicht um einen ... Eine kleine ... Tohäl. Ja, sorry! Ja! Ja! There we go! Ja! Stylich! Und ... Und ... Oh, dann ... Ihr habt dem noch nicht mit Heim. Ja? Und ... Okay, dann sind wir noch unsere Red Velvet-cupcakes. Ja! Ja, unsere Drohe Velvet-cupcakes. Und er wird noch nicht verzehrt? Ja, er wird verzehrt. Ich muss die Eisung schnell kommen. Ich habe ihn in ein Sackchen gesucht. Die Eisung hat uns klar gemacht und ich habe ihn in ein Sackchen gesucht. Denn einfach steht die Menschen in die Eiskasse, um ein kleines bisschen koel zu raken. Ich muss sagen, ich geh von jou. Jou Koppies. Koppies, Koppies. Hier ist der Olaf. Jetzt kommt er. Jou Koppies. Jou Koppies. Schaut mal, ich habe sie gefragt. Sie hat alles hier. Sie hat mir gesagt, ja sie bier. Aber sie muss doch weg. Ich bin sorry, ich bin sorry. Okay. Remani, was er noch zu sehen? Das ist die Butter. Ja. Mit die Kreme cheese. Ice cream cheese. Und die Eiskingsugar. Das ist alles. Dann versierst uns so. Nicht so was. Kleine bisschen. Sprinkles. Yes, denn die Arbeit kann mal. Nicht so wie sie will. So sie will. Wie immer die Arbeit hat sie voll. Und dann sieht, wie geht es mit. Wie geht es mit auf mit? Ich sehe, da ist mit und da ist kremen. Das ist kremen, ja. Die Scheinsel. Die hier in die 2. Das ist nur ein kleines bisschen. Ich weiß, dass viele Menschen die Glitter auf ihre Kupkeik siten. Aber es ist die Food safe? Ja. Es ist die safe, um zu essen. Ich weiß, dass viele Menschen das eigentlich nicht wissen. Nee, das nicht. Und sie benutzen es noch immer. Aber es ist nur für die Decoration purposes. Du kannst die Glitter auf die Glitter auf die Glitter auf die Glitter siten. Aber nicht um die Kupke zu essen. Ich bleibe weg von die Glitter auf die eigentliche Kupkeik. Okay, so das ist eine Haar-Decoration. Maas, jy hat mir sicher mal eine Decoration als ihr wollt. Hoekom nicht? Ja. 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 Vielen Dank.